Ich nehme eine Geschenke-Kiste. So, was ist jetzt hier? Geschenke-Kiste. Öffnen. Ja, was habe ich da? Der Ritter. Aha. Plus 40 Rüstung. Hm, nicht schlecht. Wir bleiben aber erstmal dabei. So, ich schaue mich mal weiter um. Hier drüben! Hilfe! Was ist das denn? Den Göttern sei Dank. Ihr seid gekommen, um mich zu retten. Ich war mit einigen der Jäger auf Patrouille, um ihre Vorräte und Trophäen für sie zu tragen. Wir wurden angegriffen und ich habe einen taktischen Rückzug angetreten. Ja. Okay. Du bist einfach gerannt und hast die Jäger sterben lassen. Äh, weiter. Naja, wisst ihr, ich bin ein Feigling. Achso. Und das hat mich in dieser Hölle am Leben gehalten. Ich war mir sicher, dass jemand vorbeikommen würde, um mich zu retten. Also, ist die Luft rein? Kann ich zurück nach Hause? Dass der sich sicher ist, dass hier unten jemand retten würde. Selbst das Leben eines Feiglings wird nur das Böse nähren, das hier heranwächst. Ich habe den Weg zum Schloss gesichert. Du kannst gehen. Oh, danke, danke. Danke. Ich schwöre, ich werde einen Weg finden, es euch zurückzuzahlen. Na, da bin ich immer gespannt. Aber bevor ich da jetzt hingehe... Möchte ich doch trotzdem noch mal gucken, was es hier noch um die Ecke gab. Gingst du nicht durch? Ja, hier gingst du nicht. Und hier sind die Pisten. Guck mal an. Habe ich mir doch gedacht. Und dass hier eine aufpasst, habe ich mir auch gedacht. Hey, bleib doch mal stehen, Mann. Schwubbeln. Schwubbeln. Mehr. So. Schluss mit lustig. Was gab es hier noch? Ja. Noch mehr Krüge. Oh. Wie alles. Eilträger können wir immer nur brauchen. So. Dann haben wir, glaube ich, alles. Nee, warte, da oben ging es auch weiter. Oh, was ist das denn hier? Oh, kommt jetzt hier irgendwer? The Big Boss. Da ging es nicht weiter. Hier liegt mal einer rum. Das seht ihr mal was. Wie ist denn da hin? Die königlichen Gärten, ne? Ich will jetzt nicht raus. Warte mal. Achso. Hä? Okay. Aber das ist doch nicht der Weg, von dem ich kam. Runter! So, wo war jetzt der Typ? Das ist ja doof. Zu Ende? Bin ich jetzt? Die Grabstätte der Verdammten. Hey, wieso habe ich denn da nicht alles? Ich gehe nochmal da rein. Ich gehe nochmal da rein. Der Geruch steigt einem sofort in die Nase. Nicht der sterile, trockene Geruch einer Gruft. Nein. Dies ist ein anderer, allzu vertrauter Geruch. Der Gestank von verrottendem Fleisch. Jetzt sind die wieder alle da. Oh, oh, oh. Und ja, da habe ich gerade keine Lust. Wir gehen wieder raus. Hm. Wir kommen sicherlich nochmal zurück. Eventuell muss ich da eh hin. Oh, ich roll mal hier weiter. Moin. Nehmen wir doch. Oh. Ein Hammer. 70 bis 94 ist jetzt nicht so dufte. Das geht besser. Guck mal her, Kollege. So nicht. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Boah. Alles für was spinnt. So, alles platt jetzt? Ne. Jetzt. Hier kann ich immer gucken, wie weit ich bin. Geheimnisse. Oh, cool. Holy moly. Wer kommt denn da? Oh, die Typen, ne? Ach, hier. Mann, hör doch auf, ey. Arsch. Ah. Wir sind noch mehr von der Brut. So, ich weiß, das ist platt. Das ist gut. Ist die nächste Gruft. In die ich rein muss. Nein. Verschwendet. So. Nein. Verschwendet. Nein. Verschwendet. So. Oh, Gott. Was war denn jetzt? Ich bin begeistert. Weißt du, ich war ein Jäger wie du. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ins Knie. Alles klar. Warte. Ich rieche etwas Verborgenes. Was tut dir für ein Problem, Junge? Schätze. Komm schon, Vicky. Hol es dir. Alter, what the actual fuck. Da ist er schon wieder. Ich dachte, ich hätte ihn platt gemacht, den Pyraman. Ich spüre es in der Nähe. Was ist denn? Deine Schatzkiste voll mit feiner, feiner Beute. Komm schon, Suche. Ich weiß, dass du es willst. Hör die Schnauze, Mann. Die da? Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Ach. Oh. So hübsch. Den Hammer des Geiers. Nee, der ist nicht so hübsch. Die sind alle nicht so hübsch. Ich bin bald voll. So, da ging es nicht weiter. Dann, was? Achso. Die ist noch nicht fertig. Komm her. Boah, na klar. Er ist tot und hat dann letzt seine Knochenbande. Overkill. So. Tschaka, wir gucken mal eben. Ich habe schon wieder irgendwas bekommen. Schurke. Krieger haben wir ja schon. Was ist das hier? Den Mond 2. Ja, okay, da ist jetzt nichts Neues dabei. Diese Rinderhaut tragen, kann ich den irgendwo hin tun? So, kann ich aber testen. Wie komme ich hier durch? Wie komme ich denn da rein? Gar nicht, ja? Runter da, geht nicht. Ach komm, ey. Hier aber. So, das kann ja noch, das kann ja sich nur noch Stunden handeln. Wer ist der leuchtende blaue Kerl? Der Tag ist vorüber und Schatten reiten die Schwingen der Nacht. Eine einzelne Feder sinkt nieder von des wachenden Adlers Pracht. Da kommt keiner. Junge! Warte, geh nicht! Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich bin hier gerade am Konzentration! Schön! Schön! Wo ist der, wo ist der Rest? Level Up! Und der Typ ist weg! Wow! Level 7, plus 300 Lebensenergie. Jetzt haben wir hier noch... Ah ah! Lebensdiebstahlbomb! Lebensdiebstahlbomb! Nehmen wir lieber! Nehmen wir lieber! Hallo! Ich bin der Herr der Gezei! Na, was haben wir denn da? Eine schicke Kante! Der Ritter 2! Haben wir mal schon! Oh! Okay, hier geht es nicht direkt weiter. Rüben auch nicht. Äh... Ach da geht es weiter. So... Wo sind denn hier mal Bosse? Wo ist der Typ jetzt hin? Königliche Gärten. Jetzt warten sie doch mal. Geheimnisse! Finde Geheimnisse! Fehlgeschlagen, Fehlgeschlagen! Oh, ich habe soweit alles, ne? Da war ein Geheimnis. Was habe ich? Oh, das sieht nicht so aus. Oh, da war ich doch. Ah, wo ist den Grauenvoll? Dann habe ich ja schlagen. Wo, wann, wie. Habe ich nicht mehr gekriegt. War das der Typ, der hier rum? Ding, das ist guter Typ. Adrian ist ein geübter Jäger. Aber kann er an diesem Ort überleben? Schauen wir mal. Und warum sollte er weiter für eine verlorene Sache kämpfen? Oh, was war denn hier? Hallöchen! Abwärts! Jawoll! Jawoll! So! Abwärts! Jawoll! Jawoll! So! Ich mache euch alle glatt. Okay, ihr Säcke. Jetzt haben wir mal die Karte. Jetzt war ich da hinten. Was fehlt mir denn noch? Na, Freunde? Habt ihr mich schon vermisst? So, wo ist jetzt hier der Big Boss? Ich möchte gerne hier irgendeinem einen Scheitel ziehen mit meinem Vorschlag haben. Bist du der verdammte Boss? Was? War er das? Den Schachmeister. Entsetzen wir jetzt mal Schachmatt. Verschlossen. Soll es die Menschen draußen oder etwas drinnen halten? Was heißt hier verschlossen? Kehre zum Schloss zurück. Ging das irgendwie? Hatte ich dafür irgendeinen... Hatte ich dafür... Zurück zum Schloss. Achso. Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Hab ich keine Möglichkeit zum Schloss zurückzukommen? Kann ich hier irgendwie nicht so tun. Hier? Kann ich hier was machen? Okay. Ich geh jetzt einfach mal hier so zurück. Ja. Da steht Kehre zum Schloss zurück. Ich meine... Eigentlich muss... Alter. Jetzt knallt den hier so. Eigentlich müsste das doch funktionieren. wenn ich sag... Gehre zum Schloss zurück. Aber ich bin mir nix sicher. Also geh ich jetzt erstmal rum. Ich vermeiere jetzt. ь ife her...